So, jetzt können wir uns mal die Truhen müssen wir auch noch erledigen, die müssen wir auch noch holen, dann haben wir hier noch diese drei. Wir wollen erst nach hinten, wir wollen erst hinten rum. Ah, ist ja besser. So, die kann immer noch nix machen. Ach, bist doch bescheuert. Der verliert ja Blut. Der verliert Blut, verdammt. Ah, so. Ich geh jetzt mal komplett da hinten hin. Außer Nena, die holt sich halt immer so eine Truhen da. Okay, so. Kann ich hier nicht mit ihm machen hier? Ah, die habe ich auch wieder aufgehoben. So, gut. So, ähm. Ich bin aber nicht zu weit. Ah, ist ja wieder vorbei, kann ich wieder zaubern, ja. Gut. Hat lange genug gedauert, ich konnte auch nix machen die ganze Zeit. Nur mitten rumlaufen. So. Abwarten, der ist noch inaktiv. Gott, der bisher da ist, läuft halt ewig. Aber machen wir jetzt halt so. Oh, passt schon. Oh. Halt, ne. Kura, reicht nicht. Ich muss ihn da ran. Ganz langsam voran arbeiten. So, du bleibst immer mal hier stehen. Du holst einmal diese Truhe. So. Faun Mission Navy. Ist das ne Rüstung? Na sowas. Cool, für wen auch immer. Ach, der ist zu lahmarschig, der Typ hier. Dem kann man mit dem nichts machen. So. So. Okay. Du solltest immer nur abwarten. Hä? Was, was, was war das denn jetzt? So. Und jetzt nochmal heilen. Na sowas. Na sowas. Na sowas. Nehmen wir mal ganz langsam voran. Zwei Schritte oder sowas. Dann muss die da aufholen hier. Die kann ja ein bisschen laufen. Mach hier, die geht jetzt komplett oben rum. Ah, da kommt auch so die Treppe hoch. Das ist auch gut. Ja, so wird das und was. Ja. So. Bis dahin könnte ich immer schießen. Immerhin. Okay. Aber wir können unter anderem nichts machen hier. So. Ja. Ja, im Grunde wird das langsam vorarbeiten. Das ist halt meine Devise. Ich will nämlich kein Risiko eingehen, dass wir irgendwie verstreut werden oder sowas. So. Hura. Okay. Jetzt ist sie wieder dabei. Das ist gut. Na, die kommt ziemlich schnell. Kann die aufholen. So. Ähm. Ähm. Das ist ja noch nicht. Da wird wahrscheinlich noch zu weit weg sein. Kann man schon wie dein Haus schießen. Immerhin. Ja. Wie gesagt, ich will halt ganz langsam die Gruppe zusammenhalten. Aber wenn ja auch ein bisschen verstreut wäre momentan, aber noch geht's. Ah, jetzt ist der wach geworden. Aha. Ist doch scheiße. Aua. Jetzt ist der wach aktiv geworden. Wie hätte das denn atmen können? Kann ich aber auch, he? Kann ich das jetzt nicht? Dieser hat eine hohe Reifheit als ich. Verdammt. Scheiße. Ah ja. Ah ja. Was macht der jetzt? Oh, was macht die? Was wird das? Wasserangriff. Aha. So. Ach, Kura. Ah. Der wieder auf ihn drauf. So. Ah, die ist auch gleich dabei. Hat er wieder aufgeholt. Der ist noch inaktiv. Das ist gut. Die Frage ist natürlich, was braucht die eigentlich? Aha. Feuer war interessant. So. Das ist einfach nicht mal an, ne? Nee, kann ich aber auch bald zubeißen. Ja. Ja, war auch immer nicht so schlecht. So. Ähm. So. Mal, auch mal drauf schießen. Ja. Ja. Das ist schon mal in Mittlerung. Ja. So. Erde? Na, könnte auch noch was bringen. Ja. Sollte auch noch gut klappen. Ja. Aber nur nicht ganz so wie ich eigentlich gehofft hatte. Wie es halt so ist. Der steht einfach nur doof rum und kann nur hinterher laufen. So ist das leider... Es heilt sich dieses Vieh auch noch. Und verschwindet auch noch. Kann man sich das vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Wieso kann ich nicht da unten? Wieso kann ich da unten zaubern? Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Mann, lass es. Ich kann da jetzt nicht ran. So. Dann haben wir den mal wieder. So, bringt die auch her von den Erfahrungen. Kennen wir ja. Die ist jetzt auch oben. Jetzt ist sie auch aktiv geworden. Na super. Ich wollte mich ja nicht mit allen dreien anlegen. Aber so ist er jetzt leider. Nur 33. Mal so an. Ja. Ja. Nur 60. Und Level Up. Na schön. Sehr schön. So. 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 cito. So. So. So, was kann der eigentlich? Das hält der eigentlich aus. Könnte ich doch mal machen hier. Sakura 2. Ach, geht gar nicht. Das ist total doof. Warum geht das nicht? Das ist eine gute Idee, ich glaube nicht. Jetzt ist unsere Heilfähigkeit vorbei. Könnte ich mir heilen. Sieht aus. So, ja, die ist auch gleich wieder da. So. Gehen wir da hin. Äh. Aber wollen wir auf ihn her. Naja, immerhin. Hälfte. Ungefähr. Greift er da an. Scheiße. Au, der tat weh. Tja. Hm. Eigentlich dürfte ich ihn nicht treffen, wenn ich mich hier instelle, aber... Doch, es geht aber doch aus irgendwelchen Gründen. Haha, ich kann nur die Wand schießen. Ja, lustig. So. Naja. Und nochmal weg. So. Pyro. Das war doch gegen den ganz gut, ne? Ja, Pyro 2, nehmen wir mal. Ball haben wir auf ihn mal drauf, ja. So. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Haben wir ihn zum Grillen gebracht. Nein. Hör auf. So. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann, bis der da ist, ist das Kampf nur vorbei. So. So. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich nicht leute. Wie geht es mit ihm hier? Der ist gut gegen Skult, wie geht es gegen Sakra? Wir können ja nichts anderes machen. Deswegen machen wir es mal. Würde zwar nicht viel bringen, aber egal. So. Auch da, so. 143. Ähm, ja. So, hoffentlich kippt er nicht gleich um. Nein, noch nicht. So leicht geht das dann doch nicht bei ihm. Nein, jetzt will er Dinge erledigen. 90 braucht er noch. Alter. So. Okay, was mache ich jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ja, der kann auch heilen. Hier, heil sie mal. Kura, ja, mach das mal. Das ist sicherlich gar nicht mal so blöd. Ja. So. Was machen wir mit ihm hier? 90. Der war doch geempfindlich gegen sowas, ne? Da kommt man nicht dran, aber... So. Aber werden wir jetzt mal diesen Typen hier grillen. Das muss einfach mal sein. So. Der war ja erwischt. Gott. Na ja, ha. Sag mal, hier haben wir jetzt auch so mal. Kann ich nur was machen? Ne, Kombo kann ich nicht befehlen mehr. Schade. So. 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 Ähm, jetzt geh mal. So, jetzt einmal. Mav könnte er jetzt nirgendwo mehr hin. Werde ich jetzt ein-einkesseln. So. Würfte eigentlich nirgendwo mehr jetzt hinkommen. Nein, bleib Damaskin. Das wird jetzt nämlich Alexei machen. So. Scheiße. Hab ich nie drauf geachtet. Das war jetzt doof. Das war jetzt doof. So. Können... Komo kann ich nie machen. Scheiße, aber jetzt... Unnötigerweise verloren. Das war jetzt doof. Hm. mal hier, so stell ich mal hier hin ich stell sie jetzt hier hin und du stellst sie jetzt da hin du wirst ja nirgendswo mehr hinkommen nirgendswo mehr so ja du wirst ja nicht rauskommen mein lieber du wirst ja nicht rauskommen jetzt darf ich ne Combo befehlen und zwar Sage und Alexei so ok hahaha der war der hatte gesessen hat Alexei doch noch seinen Sinn gehabt wir haben ihn alle erwischt also in einen der auch auseinander gefallen ist so das wars das heißt jetzt dürfen wir hier langsam alles einsammeln in unsere Truhe haben wir auch noch übrigens ich weiß so gehen wir mal wir dürfen alle nur mal aufsammeln hier langsam was ich höre wer ist jetzt irgendwie derjenige der ja Alexei könnte eigentlich alles aufsammeln so so Aki kann ja mal diese Truhe holen die andere mhm die können im Mund einfach stehen bleiben jetzt hier die brauchen nix weiter so Alex hol mal ja mal du kannst ja mal den ersten ist ja nicht so das Problem so gibt alle erfahrungspunkte einiges verloren haben war jetzt ziemlich unnötig weil ich nicht darauf geachtet hat dass er so wenig nebensenergierte sonst hätte es perfekt hin klappen können hätte perfekt klappen können aber leider habe ich das halt ähm ja verpasst ne äh kann ich den aber auch mitnehmen hier hab ich auch nächstes Level so passt dann nun so gucken wir mal dieses Monster-Flee hier diese komischen Hai was das ist keine Ahnung so Magic Warriors has been captured ja schön dieses Level sehr schön Level 10 ok ähm ja in Saints brauchen wir nix machen die können nur noch bloß rumstellen hat ja ein Level 14 Waki holt diese Truhe wie gesagt das wollte ich eigentlich noch machen Yuri kann auch dahin laufen so ja die kann auch nix machen ich brauche nix machen eigentlich so hol dir mal den oder die so ja ja genau so haben wir alle erwischt ja natürlich der ist dort ein bisschen länger Spurred so okay so okay mhm mhm hier ran weil der andere jetzt aus aus dem Dingens gefangen umgekippt ist leider bisschen doof Komori hätte nämlich auch ein paar Level gebrauchen können da muss ich jetzt halt muss ich jetzt halt Alexei machen damit er halt ein bisschen besser wird stärker wird und vielleicht auch irgendwas schneller vielleicht irgendwann um so hol dir mal meine bestäuerte Truhe da so ja okay okay found Savaton Schuhe für Alexei ja 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 die können die können auch voran laufen da freue ich nicht so da kommen die aber langsam voran hier ganz langsam so das ist aber natürlich länger das ist blöd eigentlich wo ich nicht einmal sagen kann ja von wegen du hast alle alle gefangen also kann man die einfach mitnehmen wäre viel besser aber wegen erfahrungsgut die das eigentlich nicht so so holen wir mal den da ab das war der erste der uns geärgert hat ärgern wollte ah die Knochen sind verheilt ja ich glaube so ist das so holen wir mal den so okay nee das tut mir sicherlich nicht leid da hat nur eines halt uns entwischt weil wir den weil also etwas ja stärker eingeschätzt haben als er war aber egal halt die eine Lampe da ist natürlich auch nicht so schlimm mhm so komm her aber ich meine nur eine so genau es bringt nichts zu kämpfen äh das zu bekämpfen so ja eigentlich kann man sie relativ gut hingekriegt weil eine wahl vermeidbar ist eine K.O. von dem Gegner ne aber was freuen die laufen ne den hab ich auch noch nicht ne ich muss immer den nach hinten schnappen sonst ist das Leute hier vorbei ne 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 ja die lass ich alle so die brauchen da so nicht ne 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 die Kuglaut 2 Aha Kuglaut 2 hat Vertica jetzt Das wär mal cool Und das ist jetzt davor, also kann man da den Einfangen, so Okay Genau Huuu So Geschnappt Magic Aquarius has been captured Is level Level up Ah, schön Ja, wird doch relativ mächtig hier So Ja, level des is level Moin Hmm Können wir auch ein Level up gebrauchen, deswegen lassen wir das so machen, machen wir es mal so Machen wir es mal so Dann tage ich mir auch dein nächstes Level gleich auf So Okay Okay Da hat sich Alexei doch noch reingehengen, äh, reingehengen, äh, reingehengen, war doch noch nützlich durch diesen Overkill, so Level up Sehr schön Juri Ja Ja Das war's, wir haben's geschafft Ja, super, hingekriegt Du find, ja, ein Uru Lumen You have murdered my flock, this is unforgivable ja, was ist das heftig? What's going on? What? I feel something Getting closer You really are sensitive to the madness presence, huh? Ha! Looks like we dragged General Master out of hiding I shall kill you, slaughter you, crash you! Ja, so ist er? So ist er? You have slain my brothers. You turn margin against margin. I am the Asher Gigas. You sinister frozen. What is the meaning of all this? I am capturing every margin in this place. Blasted frozen! Be cleansed from this world. Your hands have as much blood on them at hours. Ja, das ist der Bosskampf, der auf uns warten wird. Beim nächsten Mal. Ja, natürlich, der Slab, ich sag uns klar, weil wir im Kampf jetzt erreicht, Erfolge abgeschlossen haben, nur, ja, wichtig, 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 weil diese Leute auch gefangen genommen. Und ja, und deswegen können wir hier abspeichern und dann gut gerüstet sein für den nächsten Kampf. Ausgeruht, ja. Mit voller Denkkraft. Und ja, das war's dann mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr habt euch Spaß bei diesem Kampf. Und deswegen, ja, denk mir immer an das Feedback, an die Kommentare, an die Bewertungen. Und damit, ja, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal! Uhhh! Wie. Untertitelung des ZDF, 2020